so liebe leute es geht weiter heute mit dem thema und wieder ein eliminator rennen was wir jetzt uns antreten jetzt willkommen zurück bei super street letzte rennen letzte folge diese woche morgen geht es wieder mit der formel 1 weiter mit dem größenpreis von abu dhabi oder so glaube ich halt jetzt schon mal aber heute erst mal ein bisschen zu fast wie ein bisschen quatschen und gewinnen so als wir davor sitzen gleiches system auf jeden fall die zeit umläuft ab und dieser zeitraum nicht auf dem letzten platz zurück fallen wir uns mal raus die tue dieser beste ist dass es halt genommen ja es eben nicht passiert in der fall wir sind noch ein bisschen anstand zwischen der anderen zu der nahe ich habe vorneweg was wir damit überhaupt mit zu tun haben wir die sich wahrscheinlich komplett wegwäscheln dann haben wir vor 4,6 sekunden das ist okay das reicht es sind nur vier autos im rennen wir haben alle 20 sekunden heute war da glaube ich fliegt die eine raus nein dieser crashkarte sieht wie das aus bedeuten ne war ich auch schon das groß genug okay gott oder die zwei sind mir jetzt egal wir haben es dann doch irgendwie doch gut geschafft so kann es auch gerne mit dicht weiter gehen dieses das ist ein ding was wir nicht haben so so weiter nächste summer time train also zeit fahren 12.3 Punkte Also Zölfertropologen, die in einer vorgegebenen Zeit abgefahren werden müssen. Wir haben jetzt 7 weg, wir haben noch gute 36 Sekunden, 8, da ist Nummer 9, das sollte man doch schaffen, wenn es Haarschwein ist dazwischenkommt. 10, 11 und Feierabend, 20-0. Ja. Gut. Sprintrennen. Ein Sprintrennen, dann wird das nichts. Ah, wir haben wieder ein vorgebendes Auto. So viel zum Thema ein Sprintrenner, bevor es ist, es ist kein Sprintrenner, es ist ein... Boah, verrückt. Das ist wieder hier, ich fahre in der vorgegebenen Zeit, alle vertraut von dann. Das ist ja die ganze Kacke da. Das ist wieder da, wo du schön am Zett liegen lassen kannst. Aber da haben wir da noch welche Winden und Mauern hängen bleiben können. So, jetzt müssen wir nochmal mit dem Punkt A fahren. Abfahren. Die Frage ist, wo ist der? Komme ich da jetzt am besten hin? Die hat halt den hier. Geschafft. Gut. Erledigt. Das hat beim ersten Mal... Kommt auch selten vor, aber wir haben... Auch das geht mal. Oh, ein neues Komikerlin. Oh, ein neues Komikerlin. So, okay. Ein Komikerlin. Sehr gut. Karriere. Und weiter geht's. Die Reise. Verlag man denn überhaupt noch, wie viele Rennen... Ach, drei sind es insgesamt. Okay. Oh, nein. Wir sind so weit, also wir zerstören, zerstören, zerstören. Das, was wir ja so gut können. Na ja, schauen wir mal. So, wieder Zeit fahren. Warum auch immer. Ich brauche nur eine Bremsanlage, glaube ich. Ichzinho, dime, viele speak. Und da. Wie, Herr. so passen die fähre die alu-mo an der wand oder so Naja, jetzt haben wir recht zu sein. Nummer 17, davon ist Nummer 18 und das schaffen wir noch ohne Probleme davon. Aha, nächstes Rennen, okay. Und jetzt geht's mit dem Rennen weiter, wo ich mich ein bisschen vorgraue. Weil man dann immer wieder rausgeben muss. 9000 Punkte ist nochmal im Kring. 7 ist in der Ziel, ist es hier. Aber nicht, dass der Ziel, dass ein Kring kommt in der Zettelung auf ein paar daqui. る. Wie alt! Die sind nicht, damit mal in der Zettelung am Ende. Woh! Wenn man auch nicht überhört, bleiben gerne bei den Kring. Dramatische Ange-Ateile, werden auch nicht überfroder generiertes ZeitATION. Er ist ohne800 Punkte. Er ist oder keine Waffen-Ateile, werden ja nicht überhört. Er wird nicht überhört. Der wird nicht überhört. Ah, der ist auf die Zeit runter, aber wir kriegen es nicht hin. Doch, wir haben es. Jetzt wollte ich ganz... Platz 1, aber egal. Wir haben es hingekriegt. Platz 2, immerhin. So, gut. Das ist das Ding hier. 24 Kontrollpunkte. So, gut. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020